Er wird auf dem Sendung Herr Wiegel, wir sind auf Sendung Entschuldigung Ja, grüß Gott, mein Name ist Wiegel Kohlbau Ich bin 42 Jahre alt und ich wohne hier auf dem Hof leider schon mein ganzes Leben allein und darum möchte ich jetzt auf diesem Wege eine liebe tüchtige Frau finden, die mich einfach so mag, wie ich bin. Ich bin nicht recht wählerisch, mir ist einfach wichtig, dass ich so eine tüchtige Frau finde, wie mein Bruder, der bin gefreut, der hat vor ein paar Wochen noch recht ein tüchtiges Like gefunden im Katalog, aber irgendwelche soll ich da eine für den Nährrat haben, weil ich teilweise schnell trinken kann. Ja, was soll ich sagen, ich bin recht freier drum, wenn es ein tüchtiges Maisch war, die wo ich früher ein wenig Eger aufstehe wie ich, die wo mir vor dem Stall schon ein wenig Pockenzuppen herrichtet und die wo mir dann auch ein wenig in den Stall hilft, wenn es ein wenig Möller ist und es ein Kairosierer, das würde ich mir wünschen, wenn es ein wenig Küchen sollt sein, die wo mir ein wenig verwöhnen tut und ich würde, wenn es vielleicht mit mir ein wenig in die Unterhaltung mitgehen, das wäre es auch recht, wenn es nicht so ihre Geschichte ist, dann finde ich mir auf der Unterhaltung sicher auch noch nicht wo ein wenig tanzen mit mir und ja, es ist halt einfach, wie sagt man, das lebensfroh sein. Ja, was gibt es für mich, für meine Hobbys noch zum berichten, wie gesagt, ich gehe gerne in den Stall, ich gehe gerne in den Stallend, trinke ab und zu gerne Bier mal auf die Hausen, entschuldigung, ein wenig katteln, tue ich gerne ein wenig, kein Buben spielen, ja, muss noch mehr sagen? Nein, es reicht. Ja, also, wenn du denkst, du willst mich gerne kennenlernen, dann schreibe bitte einen Brief mit ein paar Bilder von dir und schicke den Brief an FS2 in Postfach 5000 in 1150 Wien, Österreich. Ich, der Wügel Kohlbau, würde mich recht frei, wenn wir uns vielleicht demnächst persönlich auf meinem Hof kennenlernen. Und, ich muss dir zusagen, ich würde dich auch gerne vom Busch oder vom Bauhof mit meinem 15er Steirer Traktor anholen. Viertens. Eicher Wügel Kohlbau.